So, jetzt haben wir auf jeden Fall 31 hier, da haben wir auf jeden Fall erstmal genug, ich glaube sonst auch, ist ja egal, so 10 sollten erstmal reichen, oder ich gucke einfach mal ganz kurz im Internet nach, äh, er holt noch kurz. Ich glaube, dann können wir auf jeden Fall erstmal bauen. Warte, warum war ich denn da? Warte, ich muss ganz kurz mal zu Tresor. Da ich da die Schauf herbe. Wir wollen ja auch niemanden hier, Schilder brauchen wir auch, weil dafür einen Baum haben wir auf jeden Fall. Erstmal das ganze WS, wir können auf jeden Fall auch da hinten. Da wird so viel davon haben, zwei Bäume. Ja, doch das sieht doch auch erstmal gut aus, ja. Oh, wir haben grad nicht so viel Platz. Okay, also erstmal hinten, zack, 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 zack. Also am besten so alle vier Seiten. Also am besten auf jeden Fall. So, ich meine, jetzt sieht das, das Ganze ist ein Tor. Warte, ich sage das, was wir mal an. Dann müssen wir dann schon mal auf. Das Ganze ist das, was wir. Und das Ganze ist tatsächlich um, wenn wir an dieser Stelle, 2MTVR machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da das alles noch so im Raw ist, kann man das so... Vielen Dank. Wenn er es zugestropft... ... 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